einen schönen guten tag ich bin solch hat 90 und ich zeige euch halo 3 odyssey von der halo master schiff collection damals da weiter wo ich letztes aufgehört habe ja bei der laut spiel zehnten mission kristen highway für mich ist das halt die achte mission ja achte mission genau und da werde ich halt in new mobasa verlassen mit mein ja mit mein odyssey squad so gott das ding stinkt das erinnert mich irgendwie an wofür war das denn für den missions abbruch welche mission du warst abgetaucht mein squad war verstreut und das weil du zurück kamst danke gut gemacht anfänger wirklich gut aber es ist noch nicht vorbei sie sollten zurückbleiben naja okay ja wir haben heute veronika wir haben back und meiner einer der rookie und halt ja den ingenieur oder halt andere leute die das nicht beschreiben nicht können halt ja sind den tag für uns da so jetzt mal schauen wo ich hin muss ach hier entlang mal schauen da vorne sind auf jeden fall allianz truppen wir sitzen fest und kann nicht weiter bankieren sie den wachtturm schalten sie ihn aus na gut dann wenn ich mal den wachtturm mal frank hier so das war schon mal der erste brot ach komm mal her ach komm mal her ich will mal unter dem toten winkel laufen mal schauen erst mal deckung ich werde jetzt dann dauernd hat die beschützt geschützt hat wenn man jedes mal schnell wieder verstecken und noch mal nebenbei noch durchschlagen und den gelben genau den will ich als erstes haben oder als nächstes so das war der letzte weiter geht's so zum ufer highway der schnellste weg aus der stadt okay sanitäts tasche aufgesammelt ach hier liegt ich hier lag dir eine oder hier liegt ja noch eine und dann ja weiter geht's so mal schauen noch ein paar handgranaten oder so mitnehmen so dann weiter geht's geht das denn nicht schneller die schießerei macht ihm angst soll ich ihm beine machen spinnst du war nur ne idee so was kommt jetzt als nächstes glaubt durch die tür erstmal meine güte lass mich lass mich mal durch so das alien muss erst den schalter aktivieren dann komm mal dann so okay alles klar drücken sie drauf dann ist das passiert sie sind aufgetaucht als ich in den untergrund ging und du wartest bis jetzt um mir das zu sagen oh tut mir leid ich war beschäftigt ich musste auf ihn hier drüben aufpassen damit er uns nicht alle in die luft sprengt eddie buck denkt immer nur mit seiner knarre du hast dich nicht geändert ich was ist mit dir du bist so voller mnd geheimnisse dass du keine klare antwort geben kannst das ist nicht fair oh da hast du recht ich dachte ich würde dich nie wiedersehen echt tja hier bin ich wir müssen weiter sofort hast du wenigstens den rückweg geplant ja ich habe einen phantom gestohlen er ist in der werft an der straße versteckt aber da ist nur platz für zwei daher muss das ding auf deinem schoß sitzen der ingenieur wo ist der hin und bleibt an mir dran hör mal anfänger wenn du dich je in eine frau verliebst dann in eine mit mom wie ein altes ehepaar ich bin der beifahrer äh guck doch mal gab es hier nicht so ein paar quatsch mit raketenwerfern lauf auf den fahrersitz soldat ich habe mich jetzt echt an überlegen äh der weg ist viel zu weit steigen sie in den warthog ich habe mich echt an überlegen hier ne hier war nix okay ach der weg ist doch nicht viel zu weit wir kommen nirgendwo hin wenn sie nicht losfahren naja egal okay dann fahren wir mal ein bisschen mal warthog wo soll es lang gehen ziemlich eng hier der ingenieur macht irgendwas mit der steuerung hey aufpassen bitte oh oh es kann nicht wahr sein ich gebe mir große müde ich halte dich einfach da raus mal schauen was hier unten ist auch nix so genau ja mal eben mal ein paar grunts äh überfahren so was haben wir da ist es vorbei ah genau da habe ich doch was gesucht nehme ich mal gerne mal mit äh nein den warthog nehme ich nicht mit ich nehme den anderen mit so 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 dann geht es weiter mit dem konvoi das noch ein warthog na fack machst du was jawoll ziel des 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 so ja okay schnell los fahren nintendo Statt hier auf die Wachttürme zu schießen, nein. Oh, das ist irgendwas explodiert. Ähm... Oh, ach, da haben wir noch Drohnen, auch noch. So. Die Schilder halten, aber nicht mehr lange. Ah, mach mal inne. Danke, Soldat. Unsere Schilde sind wieder einsatzbereit. Und weiter geht's. So, weiter geht's. Haben wir... Habe ich die Drohnen gut überstanden, Hade? So, jetzt sind noch ein paar Grunts. Das war ja noch ganz schön knapp mit der Plasma-Granate. Und zack. Der nächste Checkpoint auch noch erreicht. Und weiter geht's mit der Tour. Uhu. Nur Ghost, auch noch. So. Das war der Ghost. Da haben wir noch... Ach, da sind noch zwei weitere Ghosts noch. Die müssen auch noch schnell weg. Der ist weg. Okay. So. Das ist noch... Der letzte Ghost, hoffe ich. Jawohl. Hey, Augenblick. So. Da ist dein Ghost Warthog. Die nehmen wir. Also bleibt dabei, Soldat. Sie fahren, ich schieße. Ziel nicht verlieren. Na, komm. Mach mal inne. Ja, geht doch. Mit dem Ghost-Geschütz lässt sich das Ding besser verteidigen. So. Mann, der Riff ist leider kaputt. Der Bench ist weg. Dieser Bench ist weg. Der Bench... Ja, der Ghost ist auch weg. Jetzt läuft das einigermaßen schmeidiger. So. Und noch ein Checkpoint. So. Was haben wir da für einen Warthog? An Truppen-Warthog. Schnell den Rave kaputt schießen. Die Schilder halten, aber nicht mehr landen. So. Wie seid ihr nun unfair? Sie hat über diesen Highway gekommen. Da ist aber hier nicht so viel los. Okay, schnell den Warthog drehen. Aufsteigen. Da vorne ist ein Skorpion-Panzer. Der kommt uns sehr gelegen. Oh, Panzer fahren. Das wird ja immer besser hier. Könnte ich das Ding auch so meinen? Nein. Nicht schade. Da ist der Panzer. Den holen wir uns. Panzer fahren. So. Mal schauen, was mir da noch so alles entgegenkommt. Ah, ich sehe jetzt schon kommen die ganzen Banshees. Okay, das war der Flugabwehr-Rave. Was für ein Geschütz. Ach, das hat's geschützt. Da vorne, okay. So, und dann weiter geht's. Ja, ist jede Menge hier was los, momentan. Ich würde mal sagen, normalen Berufsverkehr. So, und dann weiter geht's. So, dann schießen wir, versuche ich mal den Phantom noch runterzuschießen. Gut, der ist schon mal weg. Irgendwie häng ich gerade. Ah, verdammte Outro-Wracks. Na ja, dann geht's weiter. Hm, neuen Panzer? Ne, der ist leider kaputt. So, das Geschütz ist auch schon mal weg. Oh, ja, war ja. Er lädt seinen Ausgrabungsstrahl auf. Aber die Ausgrabung ist auf der anderen Seite der Stadt. Ah. So, das waren die beiden Ghosts. Was haben wir da vorne noch? Zack. So. Na, geht's kaputt? Ah, geht's denn noch weiter noch? Ausgezeichnet. Oh, ein Kontrollpunkt. Oh, ist das derselbe Scarab? Oh, ist das? Sie wollen die Stadt niederbrennen und den Planeten verglafen? Ich bin ganz schweibig. Wie damals auf Reach. Wir sind zu weit gekommen und schaffen den Rest auch. Keine Sorge, Buck. Klar. So. Ja, okay. Der für Infanteriezeug diesmal. Oh, Vicky, hören Sie mich? Kleine Klarländerung, sie kommt zu uns. hat er mich jetzt raus gehauen verdammt dachte ich dachte wird so schön locker flockig gehen aber nein der wort irgendwie nicht aussteigen die stadt niederbrennen und den planen die damals auf wir sind so weit gekommen und schaffen den rest auch ok So, komm. So, dann weiter geht's. So, dann weiter geht's. Die Wachplattform ist weg, genauso wie die. So, die nächste ist auch schon kaputt. Ist mir zu ruhig, diesmal der Abschnitt. Oh, der nächste Scarab. Wir sind viel zu schnell. Fuck, ich kann nicht. Dem Objekt geht's gut. Okay. Ha, der Müllwagen ist hinüber. Ja, okay. So, ja, dann fahren wir vor. Na gut, da fahr ich erstmal vor. So, erstmal die Abfahrt runter. So. Gut, dann erstmal Gebäude sichern. Gehen Sie mit Backe, uns passiert schon nichts. Warte mal. Ich möchte gerne nochmal, äh, die Waffe tauschen für den Erfolg. Ich weiß nicht, ab wann wie aussteigt. Äh. Nee. Nee. Nee, dann muss ich erstmal ein bisschen hier... Backe braucht ihre Hilfe, um die Landezone zu sichern. Los. Äh, ja, die Landezone zu sichern halt. So. Oh, schlaffene Grunts. Perfekt. Ah. Ah. So. Ach, jetzt schlägt die aus. Okay. Mickey, wie sieht's aus? Ich fliege den Umweg an, die hier die ganze Stadt brennt. Ich habe hier ein wichtiges Objekt und Allianzeinheiten, die seinen Tod wollen. Also geben Sie Gas. Ja, Ma'am. Da habe ich jetzt meinen Erfolg. Explosive Lady. Deros-Pistole mit einer Bazooka getauscht. So, dann geht's hier weiter rein. Ich sehe noch was Interessantes. Oh, eine Schrotflinte. Schrotflinte hört sich schon mal gut an. Oh, noch... Ja, Raketenwerfer hören sich praktisch an. Oh. Das ist das. Das ist ein Flakwerfer. Ah, den kann ich jetzt nicht orten, nicht. Blutgewehr. Hat er seinen eigenen Kameraden erschossen erbauten? Hahaha. Ah, komm mal her. Komm mal her. Jetzt brauche ich mal langsam mal neue Munition. Ah, Schrotflinte, wo war noch mal die Maschinenpistole? Hier. Du gehörst mir. So. Er ist hier drüben. Ah, komm mal her. Alles klar, denke ich. So. Das war's, glaube ich. Lass ich mal noch neue Munition holen. Das war doch nicht klar. Oh, ey. So. Ach, noch mehr Phantoms. Ah, ja. Verdammt. Okay. Mit Schakalen diesmal. Okay, die haben diesmal alle Scharfschützengewehre und so. Oh, Nikla auch noch. Lass mal Pistolen, Karabiner. Oh, er ist ja... Ah, da kommen noch Jägers auch noch. Lass mal warten, bis ich wieder fit bin. Und schnell reinrennen. So. Okay. Um die Jäger kümmere ich mich jetzt gerade eben. So. Das war Jäger Nummer eins. Mal schauen. Indirektes Feuer hat wunderbar funktioniert. Ach, da hinten ist auch noch einer. So. Dann will ich mich mal eben mal ganz schnell hinwagen. Zu den Scharfschützen. Oh. So, das war der. Eine andere Schakal. Was macht der da oben? So. Ach, noch Raves da auch noch. Hahaha. Und, äh... Brutes mit Sprungmodulen. Ah, komm mal her. Munition brauche ich. Äh, Sanitizkasten. Ah, schnell mal durchführen. Zack. Ah, Raketenmeerf auch noch mal für den Zauber durchladen. Äh, nein. Hier liegt da jetzt mal keins. So. Wo sind hier die ganzen Brutes denn? Ah, das... Das ist noch einer. So, den schnell mal. Ah, komm mal runter. Oh, komm. Ah, mal schauen. Wagt übernimmt mal. Backen, gar nix. Meine Güte, ne. Mal so einfach zu erschießen. Okay, Maschinenpistole ist auch so gut wie alle. Nur noch Reste. So. So. Okay, die ganzen, äh... Brutes mit den Sprungmodulen sind alle weg. Ah, in Deckung. Und nochmal erneut angreifen. Ja, schnell in Deckung. Hey, hey, hey. Und nochmal erneut angreifen. Ah, hin eingegeben, den großen Affen. Voll auf die zwölf. So, äh... Ne, da ist alles leer. Okay, äh, was ist... Ach, hier ist noch was. Ist hier noch was? Ah, hier ist auch noch was. Eine Maschinenpistole. Perfekt. So. Jetzt habe ich praktisch nur einen Dicken vor mir. Ah, ne. Den Dicken mit seinem Hammer. Oh, der ist aber schnell hops gegangen. Okay, jetzt habe ich noch die beiden Raves noch. Die müssen auch noch irgendwie zerstört werden. Oh, der muss ich denn auf dem Highway. Anders geht das gar nicht. Geil. Das ist eine unsichtbare Wand. Wie doof ist das denn? Okay. Was ist das? Hier sieht man so, brüht mal ganz zu meinem Nahen mal so. Ach, komm. Und Kontrollpunkt. Perfekt. Ah, da hing der, da schwebt der da so. Okay, ach, da kommt auch noch Mikey, Dutchman und Romeo. Perfekt. Jihau! Gezint, Jungs! Die nehmen den linken Romeo. Ich hab ihn. Nur ich halt. So. Für Neulinge. Stellt ihr euch gar nicht so schlecht an. Gut zu wissen, dass ihr einem auch zuhört. Na los, nichts wie raus aus der Stadt. Genau. Das war's jetzt auch. Aber der eine Brood, der in der Luft, ähm, schwimmen war, der ist ja klasse gewesen. Los, Anfänger. Zum Phantom. So, ab zum Phantom mit mir und glaub, das war's dann auch. Ist das Ding sicher? Solange es nicht getroffen wird. Los! Mach schon! Verdammt! Los! Los! Ah, Mist. Was soll ich sagen? Was für eine Nacht. So, Epilog. Ja, das war's dann schon, würde ich mal sagen. Halt. Mit Halo 3 Odyssey, was ziemlich, äh, ich find, dass es ein ziemlich guter Spin-off ist. Äh. So. Ganz vorsichtig. Dafür gingen wir durch die Hölle? Verfassen Sie ihm eine Dröhnung, ja? Der ist wichtig. Er weiß Dinge. Mann. Gani. Ich meinte nicht das Alien. Miki, ich schicke einen besonderen Co-Piloten mit. Ach, kommt schon. Ich will keins, der Dünner hier drin haben. Er beißt nicht. Und im Gegensatz zu dir weiß es, wie man sich die Kreuzer vom Hals hält. Die haben sowieso zu viel um die Ohren. Anscheinend haben sie gefunden, was sie gesucht haben. Was ist mit dir? Mit uns? Was ist mit dir? Gewinn diesen Krieg und dann frag mich nochmal. Na, kommt noch was? Lord Hood hat die Freigabe erteilt. Aber es war meine Operation und es ist mein Verhör. Wir haben nur einen. Das wird schwierig. Keine Sorge. Ich weiß, was die Aliens mögen. Hat der Zugriff auf das Allianznetz? Ja, aber nur eingeschränkt. Wir wissen nicht genau, wie er die Verbindung hält. Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Sergeant Major, bitte. Es ist leicht entzündlich. Die Brutes. Die Schweine, die deine Kumpel bombardiert und Millionen meiner Leute getötet haben. Die graben ein Riesenloch. Du wirst mir jetzt genau sagen, was sie suchen. Und du wirst mir helfen, sie aufzuhalten. Ja. Tja, Sergeant Johnson. Wunderbar. Das Legendeire Ende. Was man eigentlich auf Legendeire freischalten muss halt. Herrlich. War Max. Halo 3 ODST. Ich finde es immer noch wunderbar. Damals gespielt. Hat es mir super Spaß gemacht. Heute macht es mir immer noch Spaß, weil es halt ein bisschen anders ist halt. Als die regulären Halo-Teile. Aber hey. Es hat mir sehr Spaß gemacht, das Spiel wieder zu spielen. Ja, dann nix. Mal will ich dann halt mit Halo 4 weitermachen. Keine Ahnung. Vielleicht am Wochenende oder so. Fange ich mal an. Ich schaue mal halt so. Ja, dann würde ich mal sagen mal. Ich wünsche euch noch halt noch einen schönen Tag noch. Und ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Dann würde ich mal sagen mal. Bis demnächst. Und tschüss. Bis demnächst.